Stefan Hofer ist leidenschaftlicher Landwirt in Wangen, das heißt in der Nähe von Wangen. Heute sind aber nicht nur die Kühe etwas nervös vor dem Melken, sondern auch Stefan. Denn Las Vegas Pfandproduktion besuchte ihn heute für eine kleine Fragestunde zu der Messe, auf die er sich jetzt demnächst hinbewegt. Eine Messe für die gerechte Tierhaltung in Ställen. Das bedeutet, Tiere haben mindestens 10% mehr Platz im Stall als gesetzlich vorgeschrieben und es steht ihnen zusätzliches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Fleisch von Tieren, das mit dem roten Label der Stufe 1 gekennzeichnet ist, kommt aus Tierhaltung, die dem gesetzlichen Standard entspricht. Und dazu gehört auch der Stall, den er hier auf einer Messe erklären darf und vertreten darf für seine Firma. Eine tolle Aufgabe neben dem Melken und neben den sonstigen Aufgaben in seinem Stall in Wangen.